Wo kann ich ein Druckluftset kaufen? Druckluftsets kannst du im Baumarkt, Großhandel wie auch im Fachhandel kaufen. Aber auch der Online-Verkauf von Druckluftsets hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Prinzipiell überall dort, wo du auch Kompressoren findest, solltest du auch auf angebotene Druckluftsets treffen. Was ist beim Druckluftset alles enthalten? Erst mit dem richtigen Werkzeug können sie alles aus ihrem Druckluftkompressor herausholen. Es gibt sehr viele verschiedene Druckluftsets am Markt. Von sehr billig bis zum Profiset. In diesem Abschnitt erfährst du, was unbedingt im Druckluftset enthalten sein sollte. Darauf sollst du achten, welches extra Zubehör ist beim Druckluftset enthalten. Druckluftsets haben meist auch Zubehör extra im Lieferumfang. Welches sehr nützlich ist, oft handelt es sich um Ballnadel, Aufblassadapter, Meißel, Schleifstifte, Schleifscheiben, Schleifrollen, Vierkantadapter, Nusssätze, Schraubenbits, Öl zur Schmierung und aber was nicht fehlen sollte, das Demontagewerkzeug für die Druckluftgeräte. Was kostet ein Druckluftset? Druckluftsets gibt es verschiedene Preise, diese sind sehr oft vom Lieferumfang abhängig. Günstige Druckluftsets gibt es schon ab 20 Euro, können bis 160 Euro und mehr kosten. Druckluftsets für Arbeiten wie nur reinigen, Reifen befüllen und ausblasen von Staub, kannst du schon für 20 Euro kaufen. Die Druckluftsets mit Schlagschrauber, Ratschenschrauber, Stabschleifer und Meißelhammer gibt es bereits ab 40 Euro. Eine sehr gute Wahl ist das Druckluftset von Güde um knackige 100 Euro. Dieses Druckluftset hat unserer Meinung das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann ich ein Druckluftset auch gebraucht kaufen? Ja, Druckluftsets kannst du gebraucht kaufen. Aber du solltest dabei ein paar wichtige Eigenschaften beachten. Es wäre sehr gut, dass Druckluftset Druckluftgerät vorher testen. Dass dieses auch 100% funktioniert und keinen Druckverlust hat oder komplett undicht ist, viele Online-Shops bieten immer wieder gebrauchte Druckluftsets an, aber auch Fachhändler. Baumärkte und Hersteller haben solche im Angebot. Auf welche Qualitätsmerkmale solltest du achten? Druckluftsets gibt es in verschiedenen Preisklassen und Qualitäten. Bei den Geräten selbst ist es schwer genau festzustellen, ob das Druckluftgerät hochwertig, mittelmäßig oder schlecht ist, aber alleine an der Verarbeitung kannst du schon etwas sehen. Wie sind die Anschlüsse verarbeitet? Wie das Gewinde verarbeitet wurde? Welchen Querschnitt hat der Spiralschlauch und auch hier wie sehen die Anschlüsse aus? Bei ganz billigen Angeboten ist dies meist dann auch die Schwachstelle und hier bricht oder wird undicht, lieber etwas mehr dafür bezahlen. Dafür kannst du das Druckluftgerät länger nutzen.